Jane, du hast keine Familie. Du hast absolut nichts zu verlieren. Das ist ein Geschenk, verstehst du? Und du musst lernen, es zu nutzen. Wann sind Sie Schriftstellerin geworden, Miss Jane Fairchild? Dreimal im Grunde. Am Tag meiner Geburt? Am Tag, als ich meine erste Schreibmaschine geschenkt bekam? Und das dritte Mal? Das ist ein Geheimnis. Guten Morgen, Beachwood House. Jane, willst du das? Elf Uhr. Hier haben wir uns noch nie getroffen. Jane, wer war das? Falsche Nummer, Sir. Am Sonntag? Sonderbar. Er kommt immer zu spät. Das kann noch ewig dauern. Bleib sauer. Er studiert, nicht wahr? Was tust du da? Ich studiere. Guter Junge. Ich wollte, ich könnte dich ausführen. Champagner, Austern. Aber ich muss heiraten und Anwalt werden. Ja, das erwartet man von dir. Ja, das erwartet man von dir. Und du, Jane? Was hast du vor? Ich möchte schreiben. Über das Leben. Koma. Und Schmerz. Verlangen. Diese Erinnerungen kannst du heraufbeschweren. Nicht wahr, Jane? Für mich. Für dich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020